Für eine nachhaltige Dienstleistung benötigen wir selbstverständlich auch nachhaltige Textilien. Im deutschen Gesundheitswesen setzen wir daher bereits seit 2015 auf eine höchst innovative Faser, das Tencel. Wir haben bereits heute nahezu 100% dieser Produktgruppe auf Tencel umgestellt, welches eine wesentlich ökologischere Alternative zur Baumwolle in der Berufskleidung darstellt. Tencel ist eine alternative Faser aus Holz. Das Holz dafür stammt aus kontrolliert biologischem FSC Holzbau in Österreich und Deutschland. Auch das Restholz aus der Holzindustrie kann für die Faserherstellung sehr gut genutzt werden. In einem geschlossenen Kreislauf wird aus kleinen Holzstückchen mittels eines Zelluloseverfahrens dann eine Textilfaser hergestellt. Und das Beste, 99% der eingesetzten Zusatzstoffe können wieder recycelt und erneut genutzt werden. Durch die kurzen Lieferwege innerhalb der EU entsteht ein weiterer großer Vorteil für die Umwelt. Die Berufskleidung aus Tencel bietet weitere exzellente Eigenschaften. Durch die glatte Oberfläche der Faser entsteht eine hohe Formstabilität und geringe Faltenbildung. Dies führt zu einem verringerten Arbeitsaufwand und einer Langlebigkeit von bis zu 200 Zyklen. Auch die hohe Atmungsaktivität und der angenehme Tragekomfort macht Tencel zu einer sehr wertschätzenden und optisch ansprechenden Berufskleidung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017